Locked and Loaded und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Robocraft. Immer noch mit dabei hier am reden Flutterfighter, Kazmila und Strafquake. Hallo, wir spielen einen neuen Modus, also nicht neu aber einen anderen Modus aus dem Spiel, der nennt sich Battle Arena, dort müsst ihr, das ist eigentlich Capture the Flag, braucht man nicht erklären, also ihr müsst die Pilze da einsammeln, die Kugeln da drin abschießen und dann gehört irgendwann der Punkt uns. Die erklärte nichts. Was? Die erklärte nichts. Okay. Bam, 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 bam. Achso, sie, ne, sie erklärt hier nichts, aber dafür sagt sie immer, wenn was angegriffen wird. Ah, schön, dass ihr mir folgt. Genau die Dinger müsst ihr abschießen. Und das dauert mit diesem scheiß Cooldown immer so ein bisschen. Achtung, Gegner. Er vergreift uns an, greift ihn an, das ist sehr gut. Er hilft uns Luftverschluftunterstützung. Ich hab mir noch gar nicht angegriffen. Achso, ich dachte, du wirst von oben. Okay, dann war es ein anderer. Ja, ein anderer ist das. Aber ich klatsche mit drauf. Ja, ist sehr gut. Ah, da bist du. Ah, der Frosch. Helmut Froschen. Oh, ich werde angegriffen. Jawoll. Ich bin tot. Ich hab meine Panzerung verloren. Achso, und der Respawn wird immer länger, je höher ihr euer Level habt. Links oben. Wie die erst mal voll auf Panzerung des Fassnahmen haben. Also die greifen gerade dezent stark an. Achso, und die Base hat auch solche Kugeln, die müsst ihr verteidigen. Und halt bei den Gegnern zerstören, ist ja irgendwie klar. Ja, aber diesmal mache ich das nicht, weil ich kann nicht schön in der Base stehen und einfach losklatschen, wenn da wer ist. Nee, diesmal nicht, das ist richtig. Aber ich hab ein geiles Vieh. Okay. Ja. Ja. Wir haben hier ein bisschen stärkere Waffen. Haben Sie das? Das ist gut. Ich bin bei dem Punkt rechts auf der Karte. Im roten. Ja. Ja. Ich gehe zu dem Linken. Ich gehe zu dem Linken. Ich gehe zu dem Linken. Ich gehe zu dem wieder verteidigen. Äh, äh, äh. Verteidigen. Jetzt ist zu spät. Das ist zu spät. Der Schild ist down. Der Schild ist down. Ja, toll. Boah, die sind alle hier. Die sind alle hier. Leute, du, ich geh zu. I'm on the way. Ich hab mich nicht mehr dien. Ja, ich glaube, das wird eine relativ schnelle Runde werden. Das sind Entfernung, Leute. Wir haben den nächsten Punkt eingenommen. Jetzt muss man ein Schild wieder haben. Ja, haben wir. Sehr gut. Ah, das Flatter. Flatter hinter dir. Kannst du gucken? Ganz sicher nicht durchschießen. das der nächste punkt und der nächste gegner der schon wieder ich bin so unter attacke hier haben der angriff ja war klar man ja bitte wir geben noch nicht auf hier vergessen aber wenn sie nicht gerade gut aussieht für uns sie sind da alle wo seid ihr denn noch da bei der base nono 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 alter wie die einfach aus der entfernung auf der tressen aber wie die auch treffen das ist doch gut ich blätter einfach vor mir spunt ich bin ja ich auch ich werde von allen seiten beschossen ja toll es hilft auch einfach keiner hier noch es ist so krass ja mag sein ist aber relativ schwach sind nicht die base zu verteidigen das schild wiederholen ist erstmal wichtig aber dann können die auch nicht bei es nicht angreifen es wäre eigentlich erst mal besser die ganzen pilze hier die ganze zeit bekämpft habt eben mit den kugeln drin die müssen uns die transformers sind ja super mann du kannst du den schild nicht durchschießen warte ich bin direkt wieder geholt ja geht schnell das spiel haben wir eh verloren ja eh guck dir an was die für sachen haben ja das war alle von denen das ist das problem er macht sich keine hoffnung gerade irgendwas zu machen das ging sehr schnell krass ja dann machen wir noch eine da müssen wir noch eine hinterher machen das ist uns ein bisschen krass ja tut mir leid das hat echt nicht geklappt aber immer eine bronze kiste verlieren gehört dazu ja klar der modus ist auch nicht so der einfachste wo man sagen würde der ist easy so da mein modus ballerina vielleicht bist du ruhig was los er will nicht reden wahrscheinlich hat er das wieder getan ja wahrscheinlich mutaste auf w ja ja das wäre schon ziemlich doof ja auf der leertaste es lädt aber er ist auf jeden fall im laden das ist schon mal gut er wäre ja nicht etwas los nun mann ey er lädt so lange dumm 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 bei mir steht team mit dessen match battle lobby erinnert schon die match making toll wird er sagen wieso ich versaut habe ich mich noch über team der mensch dass du draufgeklickt wahrscheinlich ja da ich der gruppenleiter wenn wir dann da doch nicht gewesen wahrscheinlich und hätte sein können schon mal so nächste runde walle ist dabei hallo walle wallen ich will keine flasche pommes die taler worden unvergessen einfach nur geil da kommen der drohner noch ein anderes wie ich da kommt so ein missglückter weil sie nicht diese würfel da missglückter zauberwürfel die sind hier echt fies ja komm schon ich weiß auch wo er ist alter so auf einmal was grünes bei mir scheiß wird anwesert von den dingern ja durch den zweiten wir sind von oben jawohl sehr schön die haben eins noch dass wir könnten die base glaube ich schon mal andere an angreifen kann man ja da ist es ja wir sind ja schon offen wir sind aber schon auf dem weg zum nächsten von naja da haben wir sogar schon ein stehen und mich haben die linker geht natürlich wieder im visier oder ich habe den keller erstmal gekillt wir haben die drei angreifen schnell jedes finger schnell angriff ist die beste verteidigung ja das sieht doch schon mal gut aus hier ich brauche hier bei dem mittel wir sind gerade an deren base also relativ weit weg das würden wir nicht schaffen wir sind jetzt zu viert machen gerade kaputt ja und ich bin hier alleine nein aber wir können auch zerstören wir sind ja noch drin gott sei dank da haben wir ein glück dass wir drin sind kurz vor der base haben sie mich erschossen obwohl wir können das ding wahrscheinlich nur außer entfernung dann nicht angreifen wenn das shield da ist reinfahren können wir trotzdem wir machen hier aber gut kaputt das ding ich glaube das könnten wir jetzt gewinnen und zwar relativ schnell hier ist einfach keiner die sterben nicht ihr dürft ihr einfach nicht töten zu spät zu spät bei einer base bei uns die dürfen nicht respawn oh alter was der walle abgeschossen hat auf einmal ich mag den kleinen hier den grünen ja ich bin tot aber wir haben gewonnen guckt euch das mal an wir haben gewonnen level 35 doch dazu also natürlich der letzte kill man muss eigentlich nur in die gegnerische base 1110 0 ja klar und die dürfen nicht sterben ja wäre aber doof wenn die nicht sterben wir nicht sterben dann ist es irgendwie so wer die besseren waffen hat mal wieder wir haben aber glück gehabt dass wir gewonnen haben so wie es ausschaut ne ich hatte überlebt als einziger irgendwie noch oder so so ist das bei mir so angezeigt da wurde angezeigt ihr seid ja wahrscheinlich schon längst wieder weiter gegangen ja dachte ich mir ihr wollt das alles nicht angucken ne gold kiste nice elektroschild oh ich hab was epic gekriegt der walle hat mir ne anfrage gestellt wer nehm an wer denn nehm an alter ach der walle der ist gut ach mir auch ja der ist einfach durch die liste gegangen und alle mit denen er gespielt hat da einmal raus so vielen dank fürs zu sehen wir sehen uns dann in der nächsten folge robocraft wieder wenn es euch gefallen hat lasst einen daumen da rum da checkt auch mal die videos vom flutterfighter aus und wir sehen uns dann wie gesagt in der nächsten folge bis dann euer teligan und ciao 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 Vielen Dank.